Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich um die Digitalisierung kümmert, dass man bestimmte Prozesse standardisiert ablaufen lässt. Wir haben da verschiedene Produkte, die wir bereits im Einsatz haben, die wir jetzt gerade neu mit in den Betrieb mit einbringen und für die Zukunft sicherlich wird noch einiges kommen. Das beginnt beim Architekten oder beim Statiker, der uns die Pläne zur Verfügung stellt. Mit diesen DXF-Dateien können wir zum Beispiel unser Vermessungsgerät dann bestücken, können die Daten in einen GPS-Stab einlesen und damit den Mitarbeiter losschicken. Der misst sich halt sein Gebäude vor Ort hin, ohne dass er ein herkömmliches Schnurgerüst braucht. Sondern es geht halt dann wesentlich einfacher, vor allem für große Gebäude. Die Drohne haben wir aus Werbegesichtspunkten. Wir überfliegen diese Baustellen und stellen das dann in die Social Media, sei es Facebook, Instagram. Das gibt tolle Bilder. Es dient aber auch einem Informationszweck. Wir brauchen zum Beispiel am Monatsende eine Leistungsmeldung von unseren Bauleitern. Dann überfliegen wir dieses Gebäude und dann wissen wir genau, was war zum Beispiel am 31. des Monats der Baustellen statt. Wir haben unsere Poliere, die ihre Werkzeuge haben. Die sind digital denen schon zugeordnet. Der Bauhofleiter scannt neue Geräte und ordnet das im Computer praktisch denjenigen zu. Daneben hat der jeweilige Lkw-Fahrer, der dann die Baustellen anfährt, ebenfalls ein Scangerät. Und damit ist er gewährleistet, dass er das, was er scannt, auch mitnimmt. Wir stellen fest, dass jeder das gleiche Problem hat. Nämlich, dass zwar eine Software zur Verfügung gestellt wird, aber die halt doch nicht alles erschlägt, was man sich gerne wünscht. Das heißt, wir müssen eine Vielzahl von verschiedenen Programmen bei uns in der Firma installieren. Wir müssen dann die Schnittstellen dazu erarbeiten lassen. Das wäre eine Vereinfachung, ein guter Schritt in die Zukunft, dass uns Unternehmern geholfen ist. Das wäre eine eigene Kompleinigkeit für die Menschen für ihre Prüfung zwischen Christen genauso gut zu stellen. Drumlik, bitte sind Sie auf uns auf einigen Wochenende Verhältnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017